Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 08.07.2020. Wir hatten gestern den DAX gezeigt, wie er ein bisschen nach oben gesprungen ist, um den Ball zu fangen. Oder war es denn gestern? Auf jeden Fall hatten wir so einen Wauwau, der hier nach oben nach dem Ball gesprungen ist. Und die Landung nach unten ist nicht so richtig gelungen. Also, der hat keinen Boden unter den Füßen gehabt und ist zum Dienstag uns jetzt hier ein bisschen abgeworfen worden. Und wir hatten hier, eigentlich gesagt, grundsätzlich super stabil aufwärts. Hatten aber gesagt, es ist ein bisschen bedenklich, dass er Intraday dieses Gap, also dieses Hochziehen, diese Kaufbewegung quasi jetzt nicht bestätigt bekommen hat. Dass er eigentlich im regulären Handel nur verkauft wurde, was ein bisschen komisch zu werten wäre. Das wäre aber so lange okay, wie er eben hier oben bleibt, wie er stabil bleibt, wie er grüne Kerzen wirft, wie er nach oben treibt. Haben wir gesagt, ist locker nach oben möglich, dann durchzudrücken, weiter zu schieben, weiter hoch und so weiter. Was kam? Nix davon. Direkt unterm Short-Trigger. Ja, äh, unterm Long-Trigger. Und hier haben wir auch gesagt, das wäre ja letztendlich dann sogar ein Ausschusskriterium. Wenn er unter das Ding zurückfällt, wäre halt nicht normal. Und wenn er dann auch unter 6,40 abkippt, hatte ich gesagt, würde ich ein eher Risiko bis in den Bereich hier unten geben. Den haben wir nun noch gar nicht gesehen. Kommt vielleicht noch, ähm, zum Mittwoch nun. Das fehlt noch ein bisschen, ne? Also, Sie sehen es hier, der steht hier so ein bisschen im Nichts. Das macht er eigentlich nicht. Oft steht immer irgendwo dran oder holt noch irgendwas ab. Deswegen würde ich jetzt den Pfeil hier einfach mal rüberziehen, den wir hier damals mal gesetzt hatten. Das könnte ich mir noch vorstellen, wenn, na, natürlich jetzt hier nicht direkt auf dem Ding draufstupfst. Aber wenn der Dienstag auf den Abend hin, da haben wir ja gestern auch gesagt, ne? Wenn der Dienstag zum Nachmittag nochmal abdreht, das ist immer ein bisschen im DAX gefährlich. Das mag der DAX nicht so sonderlich. Und treibt dann doch oft auch im Mittwoch ein bisschen durch. Also, ähm, wenn er 8 Uhr hier in dem Bereich bleibt und nicht tiefer geht. Ja, ich sag mal so, 8 Uhr, wenn er 9 Uhr im Tief maximal vielleicht die 4,30 gesehen hat. Und dann nach dem 9 Uhr-Kloss, wie der hier oben steht, über 500, über 5,20, über 5,30, muss man es positiv werden. Denn dann kriegt er eine schöne Fahrtwende und kann auch zum Mittwoch sich lang strecken. Dass er wirklich eine lange Bewegung zieht. Nochmal bis locker, locker 6,40, 700, 750 vielleicht sogar auch. Aber dann muss er wirklich, also wir sagen es anders, die Erwartungshaltung ist klar nach unten gerichtet jetzt. Macht er das nicht und drückt nach oben. Beispielsweise durch einen schwachen Start, der direkt ausgekondert wird. Also das, was wir eigentlich schon mal die ganzen letzten Montage gesehen haben. Ne, sowas wie hier Abwärtsgelb runter und dann hoch, 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 hoch. Sowas kann auch zum Mittwoch kommen. Ne, also Mittwoch, wenn der einen früh, frühen, schnellen Drehungen reinkriegt. Die Mittwoche ziehen oft durch, aber die sind am Anfang immer noch ein bisschen schwierig zu greifen. Da muss man ein bisschen abwarten, ähnlich wie in den Montag auch, ne. Muss man immer so am Anfang ein bisschen abwarten, wie der sich entscheidet. Deswegen würde ich wirklich hier, auf eine 9-Uhr-Stunden-Kerze kann man glaube ich schon viel geben dann halt, ne. Sollte der dann hier unten stehen oder drunter stehen, für mich negativ zu werden. Das ist wie unter 640, das ist dann Schwäche und die kann auch noch weitere Tiefs auch holen. Also der wichtigste Punkt unten ist und bleibt, und das ändert sich auch nicht, die 430 und 340. Aber weil das ist der Pullback auf die letzte Range, die wir hier hatten. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es mehr Bewegung gibt dort halt, ne. Also den Bereich auf jeden Fall im Auge behalten. Das gilt natürlich auch für alle, die jetzt vielleicht ein Short geladen haben. Das sind Bereiche, an denen man gegebenenfalls nach oben vielleicht auch mal was absichern kann, weil nicht, man kann es nicht einstufen, ne. Also es ist, es wäre legitim, wenn er nach so einer stolzen Aufwärtsbewegung auf die 430 drauf zurückkommt, Schwung holt und weiterläuft, ne. Also zack, 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 zack. Quasi nur den Pullback hier unten drauf, das ist legitim. Deswegen muss man hier schon ein bisschen aufpassen und ein bisschen sachter machen. Aber Freunde, bitte immer mit Augenmaß. Also nicht aus meinen Videos nur rausholen, na, der gesteckt bis da, der fällt bis da. Das ist einfach zu einfach. Das, dann machen sie es sich so einfach, das funktioniert so nicht. Weil natürlich auch ich nur Szenarien festlegen kann. Aber der Markt muss sich halt nicht dran halten. Das heißt, wenn sie schwäch sehen, oder auch wenn sie Stärke sehen, wenn sie wirklich Stärke sehen, wenn sie sehen, der Markt, der drückt und der drückt und der drückt und der drückt, dann bitte, bitte, bitte nicht Anfängerfehler machen und sagen, na, jetzt gehe ich short rein, jetzt komme ich ja nochmal günstig drauf, weil Martin hat ja gesagt, muss fallen. Nein, versuch uns dann mit der Bewegung zu gehen. Da, wo der treibt halt, wo das Geld hingeht. Und zum Dienstag war das auch. Habt ihr auch bei uns im Chat ein bisschen, ich war verwundert halt gewesen. Wir hatten schon gesagt, wenn er grün drückt, wenn er oben bleibt und weitergeht, kann er hier oben gut was erreichen. Wenn er aber unter dieses Niveau fällt, also unter den Long Trigger, wenn er unter die 640 taucht, dann ist ein Risikokandidat bis 480, 500. Und das Einzige, was man früh die ersten zwei Stunden im Chat bei uns gelesen hat, war immer nur, ich suche Long, 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 Long. Das passt dann nicht. Und dann müssen sie auch ehrlich zu sich selber sein und aufpassen bei sowas. Weil ganz, ganz, ganz viele sagen immer zu mir, oh Martin, die ganze Zeit bin ich am shorten und der steigt und steigt und steigt. Jetzt suche ich Long und der fällt und fällt und fällt. Nein, das ist eine Fehlbetrachtung ihrerseits. Weil sie gehen nicht short und der Markt steigt, sondern andersrum. Der Markt steigt und sie gehen short. Der Markt fällt und sie geht long. Also dann passiert es natürlich, dass sie immer wieder den Eindruck haben, der Markt läuft gegen sie, weil sie natürlich gegen den Markt handeln. Und gegen die Bewegung auch handeln. Also da wirklich aufpassen. Hier zum Beispiel finde ich es jetzt richtig, als wenn man Schwäche sieht, jetzt einfach short mitzugehen. Ich hätte es auch hier oben richtig gefunden, wenn Stärke kommt, long mitzugehen. Aber was jetzt nicht richtig wäre, ist, wenn jetzt hier der Brach real schwach wirkt und man einen Long nach dem anderen knallt, wenn man 100% der Meinung ist, der muss hier in den Bereich drehen. Wenn er dann hier dreht, wenn er hier unten eine schöne Umkehr reinkriegt, grüne Kerzen wirft, Druck reinbringt nach oben, dann kann man den probieren. Dann soll man den auch probieren. Weil das ist ein guter Supportbereich hier. 430, 400, 370. Aber das heißt nicht, bitte, das heißt bitte nicht, dass man in brachiale Schwäche, die im Markt kommt, dagegen reinhauen soll. Und das heißt auch nicht, dass wenn der gar nicht schwach reinkommt und stattdessen sich stark nach oben streckt, man den ganzen Tag dann reinschorten muss. Weil der kann durchaus hier oben nochmal reinlaufen. Ich würde mir die 630 mal auf den Zettel legen. Ich könnte mir vorstellen, dass die nach unten drehen, also wenn er es gleich früh macht. Dass er sich von dort nochmal einen Schwung nach unten holt, wenn er positiv reinkommt. Aber eigentlich alles über 640 kann man eher Richtung 740 interpretieren. Das ist dann tatsächlich so ohne Wenn und Aber. Also wir haben hier noch das Eröffnungsniveau so um 660, aber ich würde schon sagen, über 640 wäre hier wieder ein bisschen Deeskalation im Chart. Und damit auch Aufwärtspotenzial. Aufwärtspotenzial bis zum oberen Band, das liegt hier bei 800. Und deswegen achten Sie da drauf, wie der Markt kommt. Sie sehen das doch, wohin er sich bewegt. Dann müssen Sie sich bloß daran erinnern, wie habe ich gestern darüber gedacht. Und nicht sofort alle Hände hochwerfen und sagen, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Dreht bestimmt gleich wieder. Gehe ich mal da nicht gegen. Also ein bisschen, wirklich ein bisschen aufpassen, versuchen mit dem Markt zu denken, mit dem Geld zu denken. Dann hat man das zumindest nicht, dass man den ganzen Tag sagt, der läuft immer gegen mich. Weil das ist eine Fehlinterpretation. Das ist auch eine fehlerhafte Wahrnehmung. Wenn Sie sagen, immer genau dann, wenn ich long gehe, dann rutscht der Markt weg und andersrum. Weil es ist das genau andersrum. Also Sie steigen in der Regel in den falschen Momenten in den Markt ein. Das sind aber Instinkte, die da spielen. Das ist bei allen so. Das ist insbesondere auch am Anfang, das gehört dazu. Das sind Instinkte, die gekriegt werden. Gut. Also wir brauchen gar nicht mehr besprechen eigentlich. Das sind die Knackpunkte. Wir laufen auf die wichtigste Zone zu. Der hat jetzt eine Chance. Das ist nicht gewiss, dass er sie kriegt. Denn wir stehen auch noch nicht wirklich unter dem Dienstagsvormittag tief. Wir haben das gehalten. Ähm, noch. Aber wenn er jetzt zum Beispiel aufwärtskippt kommt. Also der kann durch. Der kann durch. Der kann durchsteigen. Der kann den ganzen Mittwoch durchsteigen halt. Bis zum Donnerstag hinein. Bis nochmal an die 12800 hoch. Ne, also wirklich aufpassen, dass er jetzt hier auch noch runter geht. Das will ich sehen. Das will ich von ihm sehen. Das will ich einfordern. Und dann kriegt er von mir auch nach unten gut noch ein paar Zettel auf die Stunden gedrückt. Und wenn er den Bereich hier unten nicht gehalten hat, wird es so und so interessant. Ne, weil dann kann er schnell werden. Und dann kann er Tempo aufnehmen. Und ich glaube, der Fall, wie wir hier in Drittestehen haben, der war gar nicht für die Bewegung gedacht. Aber der passt hier wunderbar drauf, ne. Dann hätten wir erste Welle, dritte, also erste Abwärtswelle, zweite Abwärtswelle, dritte Abwärtswelle. Das würde eigentlich perfekt passen. Aber bis dahin muss noch ein bisschen viel passieren. Ähm, die erste Reaktion jetzt hier nach Börsenende ist, zuckt erstmal nach oben. Und deswegen, machen Sie vorsichtig, Doppelbotenschance steht im Raum, ne. Drückt dann nach oben, die Erwartung geht nach unten. Drückt dann nach oben, hat das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Es sind 600, 620 sind locker erreichbar. Und alles, was über 640 ist, ist dann sogar Richtung 750 zu interpretieren. Das ist tatsächlich so. Ja, also da bitte achtsam bleiben. Und mit dem Marktdenken. Ja, Tagesschart, rote Kerze. Sehr interessant, aber noch über einen Long-Trigger. Also hier jetzt kein Anpassungsbedarf. Wenn auch natürlich eine schöne, eine schöne Nummer jetzt. Sackratter. Ähm, äh, nach der Tagesschart würde ich allerdings jetzt hier eher sagen, Long-Trigger ein bisschen außer Acht setzen. Ähm, ausklammern. Ähm, Kursziel hier aus der Ebene wäre tatsächlich 320 rum. Mittleres Band, na. Ja, 320 und die 200-Tagellinie, die liegt momentan bei 12,150 weiterhin auch. Das lag sich schon die ganze Zeit. 320, 150, das sind die Marken aus dem Tagesschart. Das heißt, das sind die, die auch ein bisschen mehr Reaktionsspielraum haben, wie die auf den unteren Zeiteinheiten. Und wir gucken mal, was kommt. Also, wie gesagt, er zuckt gerade eher mehr nach oben als nach unten. Deswegen, ähm, pass ein bisschen auf, ne. Wenn er, wenn er treiben sollte nach oben, wenn er nach oben raustreiben sollte zum Mittwoch, da ein bisschen achtsam sein. Ob sie Stärke sehen, ob sie Schwäche sehen. Kann sich da auch immer gut einfach die Tageseröffnung zurechtlegen, ne. Wo ist der Tag gestartet, wo enttätigt er. Ist er jetzt positiv, ist er über dem Tagesschluss von gestern, unter dem Tagesschluss von gestern, wenn man gar nicht weiß, wie er zu werten ist. Und wenn man selbst damit nicht weiß, wie er zu werten ist, dann halt einfach mal die Finger rauslassen. Ne, dann packt man sich am nächsten Tag wieder. Aber, ne, wenn ich sowas lese wie, ja, ähm, jetzt gehe ich hier einmal long, nachdem ich die ganze letzte Woche short war und der, und der fällt. Ähm, das ist, das ist Fehlinterpretation. Und, das habe ich ganz oft gelesen heute. Ja, also, das ist, da müssen sie wirklich an sich arbeiten. Das, das, das ist nicht der Markt, der sie veralbert. Das sind sie selber, die sich veralbern, ja. Okay, gut. Ich mache aus. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Ähm, gutes Kling, maximaler Erfolg. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und wir sehen uns. Vielen Dank.